Surya Yantrasana in Anantasana ist die Sonnenuhr in der Unendlichkeitsstellung. Mit anderen Worten, das Bein heben und zu dir hingeben, während du in der Seitlage bist. Du kannst schauen, wie es Raffaela macht und dann üben, so gut wie du kannst. Diese Stellung entwickelt gleichzeitig vorwärtsbeugende und Grätschflexibilität und hat auch etwas Entspannendes. Es ist ja auch die Stellung, in der Vishnu auf dem Weltenmeer liegt bzw. Vishnu auf der Ananta-Weltenschlange auf dem Weltenmeer liegt. Wenn es dir gefällt, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Danke.